Vor ziemlich genau einem Jahr, da haben wir uns getroffen zu unserem jährlichen Sales Kick-Off. Das war in Orlando, Florida und da wurde verkündet, neue Wachstumsziele, neue Märkte. Wir waren an der richtigen Stelle im Gartner Quadranten und dazu passt das Motto Play to Win. Da kam ein Motivationssprecher und hat uns eine Stunde lang erklärt, was das heißt Play to Win. Und wir haben vorgestellt bekommen, wie unser Umsatzwachstum verlaufen ist, fast exponentiell, fast verdoppelt, Jahr über Jahr. Und wie das jetzt bis 2020, 2025 immer weiter in astronomische Höhen klettern wird. Und alle waren begeistert, Play to Win. Wir haben uns dann hinterher getroffen im Kollegenkreis. Das ist interessant, bei solchen internationalen Veranstaltungen, wie dann immer die einzelnen Länder doch wieder zusammenstehen. Und so war es bei uns auch. Und dann haben die Kollegen und auch mein Chef mich gefragt, was hältst du denn davon? Warst du auch so begeistern? Ich meinte, nee, Gewinn reicht nicht. Das ist nicht genug. Wenn es personifizierte Fragezeichen gäbe, das wären sie gewesen, die da um mich rumstehen. Wie Gewinn ist nicht genug. Gewinn ist gefährlich. Ich bin nicht ganz durchgedrungen mit dieser Meinung, aber ich möchte die nächsten knappen 55 Minuten darauf verwenden, Ihnen zu erklären, was ich damit meine. Und das eben an Beispielen tun, nicht nur aus der IT, darauf werde ich es versuchen immer wieder zu beziehen, sondern eben aus meiner Welt, aus der Musik und aus dem Sport. Nun ist zunächst mal zu sagen, dass sich fast alle Firmen, alle, die ich kenne, solche Mottos geben. Intern wie extern. Und wir kennen die alle. The future in motion. Leistung aus Leidenschaft. Oder wenn wir mal in der Automobilindustrie nachgucken. Freude am Fahren. Vorsprung durch Technik. Das Beste oder nichts. Und alle diese Mottos sagen uns eines. Diese Firma versucht nicht einfach nur ein Produkt herzustellen, sondern sie versucht etwas ganz Besonderes herzustellen. Das ist natürlich absolut das Beste oder nichts. Das ist sehr, sehr hoch. Als Anspruch höher geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Und das ist völlig in Ordnung so, dass diese Firmen das machen. Denn wir als Menschen, als Konsumenten erwarten das. Wir verlangen das in jedem Bereich immer mehr. Weil die Möglichkeit zu wechseln, die Alternativen immer leichter erreichbar, immer zahlreicher werden. Sowas ist völlig in Ordnung. Aber schauen wir uns mal die Realität an. Bevor wir das tun, ein Gedanke noch. Jetzt könnte man ja sagen, wir bauen keine Autos. Baut hier irgendwer Autos im Raum? Dann müsste das ja nicht relevant sein. Es ist es aber. Wer von Ihnen hat die Berichterstattung der Internationalen Funkausstellung in Berlin verfolgt? Oder war sogar selbst da? Wenn Sie das getan haben, dann haben Sie gehört von Kochfeldern, die über WLAN mit ihrer Dunstabzugshaube sprechen. Von Trocknern, die Ihnen per App Bescheid sagen, wie lange das noch dauert, bis die Wäsche trocken ist. Von Backöfen, die Sie per Telefon einschalten können, weil Sie wissen, ich bin jetzt bald zu Hause und dann möchte ich, dass der Braten fertig ist. Alles wird immer vernetzter. Google baut Autos. Amazon investiert in den Lebensmitteleinzelhandel. Die IT wird für viele Unternehmen in allen möglichen Branchen immer mehr zum Innovationstreiber. Was auf der IFA auch zum Vorschein kam, war, wie groß der Unterschied in der Wertschöpfung durch IT wird. Haushaltsgeräte, die vernetzt sind, kosten, ohne dass sie irgendwas mehr können, außer vernetzt zu sein, 500 bis 1.000 Euro mehr. Jetzt nehmen wir dazu noch die Tatsache, dass wir als Konsumenten es immer leichter haben zu wechseln. Wenn MyTaxi nicht funktioniert, dann gehen wir halt zu Uber. Wenn DriveNow nicht funktioniert, dann gehen wir eben zur Konkurrenz. Wenn schlecht über meine Produkte berichtet wird, weil der IT-Teil des Angebots nicht funktioniert, dann gehe ich eben woanders hin als Konsument. Das heißt, wir in der IT spielen über alle möglichen Branchen hinweg eine immer kritischere Rolle bei der Wertschöpfung und beim Unternehmenserfolg. Das heißt, unsere Jobs in der IT werden sich ändern. Wenn es sie heute noch nicht erwischt hat, es wird sie erwischen und wir müssen uns mit ändern. Wir müssen diesem Anspruch, das Beste oder Nichts, der da eben stand, als IT gerecht werden, damit unsere Unternehmen das können. So, das ist jetzt die Stelle, wo die Filmmusik plötzlich abbricht. Die Geigen sind weg. Was ist die Realität? In diesem Sommer hat sich etwas ereignet, das durch die Presse geisterte, aber wirklich nur geisterte. Es war fast unbemerkt, richtig geschwenstisch. Irgendein schlauer Kopf hat dem Ganzen die Überschrift Kekse Ost gegeben. Was war passiert? Es gab einen Aufstand, eben in der Presse fast unbemerkt, aber durchaus in Brüssel spürbar, von Verbraucherschutzorganisationen aus Südeuropa und Osteuropa, die sich angeschaut haben, welche Produkte, die europaweit verkauft werden, zum Teil weltweit verkauft werden, sind denn in welcher Qualität in diesen Ländern. Und die haben zum Beispiel herausgefunden, dass ein Hannoveraner Kekshersteller ganz andere Rezepturen verwendet hat. Der hat natürlich gesagt, ja, das hat mit Marktforschung zu tun. Wir haben geguckt, wie sind die Geschmäcker der Publikümer in anderen Ländern und dann haben wir unsere Rezeptur angepasst. Und rein zufällig sind billigere Zutaten dabei herausgekommen für Osteuropa und Südeuropa. Es gibt einen Fischstäbchenhersteller, der aus Marktforschungsgründen gesagt hat, wir tun da weniger Lachs rein und mehr Panade. Das mögen die Menschen lieber. Okay, kann man so sehen. Was dahinter steht, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, ist nicht die Leidenschaft, das Beste oder Nichts auf den Markt zu bringen, sondern es ist schlichte Gewinnoptimierung. Sehr viele Unternehmen haben folgende Strategie. Es gibt irgendwo eine Schwelle der Qualität dessen, was ich anbiete und ernähre ich mich von unten. Die Schwelle ist definiert durch das Kaufverhalten. Unten drunter sind meine Kunden so unzufrieden, dass sie abwandern. Und oben drüber wandern nur so wenige ab, dass ich durch die Kostenersparnis der schlechteren Qualität den maximalen Gewinn mache. Das Beste oder Nichts? Wir finden das in allen möglichen Bereichen, auch wenn wir uns selbst mal kritisch betrachten. Wer schon mal Projekte durchgeführt hat vor Kunden, kennt das. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, so jetzt ist mal gut. Das liefern wir so ab und das ist auch in Ordnung, das wurde mal nie fertig. Wer versucht, null Fehler abzuliefern, wird nie fertig. Das ist so. Aber es ist ein Unterschied, dazwischen zu versuchen, so wenig wie möglich abzuliefern und zu sagen, so irgendwann muss ich jetzt mal abliefern, egal wie weit ich jetzt konkret schon gekommen bin oder bis wohin ich gekommen bin. Das Streben, das Beste abzuliefern, hindert mich nicht daran, irgendwann zu sagen, so jetzt muss ich aber mal ein Ergebnis präsentieren. Wir kennen es aber auch aus unserem Privatleben. Irgendeine Website, die mich einfach nervt, weil ich klicke und klicke und klicke und nicht zu einem Ergebnis komme. Irgendeine App, die eine tolle Werbung hat, die mir verspricht, wie sehr sie mir das Leben erleichtert, wo ich nach zehn Minuten immer noch da sitze, obwohl ich dann endlich mal die Bedienungsanleitung gelesen habe und sage, nee, das ist es einfach nicht. Das, was ich hier erlebe, hat mit der Werbung, die ich gesehen habe, nichts zu tun. Wir erleben sowas auch in vielen anderen Bereichen. Ich bin nun schon ein bisschen älter. Der eine oder andere hier im Raum weiß vielleicht gar nicht mehr, dass es irgendwann mal deutsche Leistungsschwimmer gab, die die Weltspitze dominiert haben. Franziska van Almsieck, kennt den irgendwer noch? Michael Groß, mit dem bin ich aufgewachsen. Das war der Albatross. Der hat nicht jedes Rennen gewonnen, aber es war ziemlich sicher, wenn der mitschwamm, hatten die anderen zumindest mal große Probleme. Das war Ende der 1990er Jahre und da ist was ganz Überraschendes für viele, die damals aktiv den Sport verfolgt haben, passiert. Es kam irgendwann der Zeitpunkt, wo diese großen Schwimmer plötzlich nicht mehr gewonnen haben. Und zwar nicht deswegen, weil sie zu alt gewesen wären. Es gab auch einige, die waren einfach an ihrem Karriereende. Jetzt muss man dazu wissen, damals waren die Regeln für das Schwimmen noch nicht so wirklich definiert. Brustschwimmen war definiert als in der Art des Frosches. Dann kamen einige Regeländerungen daher und einige Sportphysiologen haben sich angeguckt, wie ist man damals geschwommen. Das ist hier mal exemplarisch dargestellt. Das nennt sich Gleitzugtechnik. Der Gedanke dahinter war ebenso brillant wie bestechend. Man legt sich auf oder knapp unter die Wasseroberfläche, möglichst stromlinienförmig, macht Armzug, macht Beinzug und streckt sich dabei immer. Man versucht mit dem Oberkörper und mit dem ganzen Körper, soweit man den nicht gerade für Arm- und Beinzug einsetzt, möglichst gestreckt zu bleiben und geleitet wie so ein halb aufgetauchtes U-Boot unter der Wasseroberfläche her. Das haben diese Athleten perfektioniert und haben gewonnen. Sie erinnern sich, Gewinnen reicht nicht. Es sind irgendwann schlaue Leute eben hingegangen und haben sich gesagt, was könnte man anders machen? Und da ist das hier rausgekommen, auf der linken Seite. Wenn man sich das anschaut, das nennt sich Wellentechnik, Undulationstechnik, dann denkt man, wer so im Wasser steht, der kann ja jetzt nicht wirklich schneller sein. Wer sich dermaßen mit dem Oberkörper aufwendig durch das Wasser bewegt, der müsste ja eigentlich einen viel längeren Weg zurücklegen. Der hat doch einen viel größeren Widerstand. Wie um Himmels Willen soll das funktionieren? Nun, der Punkt ist, es hat funktioniert. Die Schwimmer, die diese Technik erlernt haben und damit am Anfang verloren haben, weil das sauschwer zu lernen ist. Die haben, als sie es beherrscht haben, plötzlich alle anderen in Grund und Boden geschwommen. Denn eines habe ich nicht, wenn ich so im Wasser stehe. Ich habe fast keine Bremswirkung. Während, wenn ich das hier mache, Oberkörper ist waagerecht, Oberschenkel sind abgeknickt, dann wirkt das wie die Luftbremse bei einem Flugzeug. In dem Moment bleibe ich im Wasser stehen. Der Geschwindigkeitsunterschied bei der Gleitzugtechnik durch diesen Zyklus hindurch ist ganz enorm. Ich muss immer wieder beschleunigen. Bei der Wellentechnik, bei der Undulationstechnik habe ich eine gleichbleibend sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Es gibt noch ein paar andere Faktoren, die dazu führen, dass ich damit andere in Grund und Boden schwimmen kann. Hier sehen wir es nochmal in einem Foto unter Wasser. Ganz hinten sehen Sie vielleicht noch einen, der in Gleitzugtechnik schwimmt. Die Dame vorne benutzt die neue Technik. Sowas finden wir wiederum in vielen, vielen Lebensbereichen. Vielleicht kennt der ein oder andere Simon Sinek und sein Buch Start with Why. Da hat er einen ersten Versuch unternommen, herauszufinden, warum es dazu kommt, dass aus seiner Perspektive Unternehmen neue Dinge entwickeln und damit erfolgreich sind, während andere das, was sie immer gemacht haben, immer weitermachen und damit zwar eine ganze Weile sehr erfolgreich sind, aber irgendwann dann überholt werden. Ich stimme Simons Schlussfolgerungen zu 100 Prozent zu. Ich glaube nur, dass er nicht die ganze Wahrheit erfasst hat in seinem Buch, denn er bezieht es sehr stark auf Marketing. Start with Why bedeutet, man braucht eine Vision und diese Vision muss man verkaufen. Er führt es am Beispiel Microsoft versus Apple sehr anschaulich vor und sagt, Apple hat eines richtig gemacht. Sie haben eine Vision verkauft, während Microsoft verkauft hat, welche Produkte sie herstellen und kaufen tut man die Vision. Das ist eine Hälfte der Gleichung. Mir ist die andere sehr viel wichtiger, obwohl dieser Punkt vollkommen richtig ist, nämlich das, was die Vision eigentlich bewirkt. Die Vision, an die ich wirklich glaube, bewirkt, dass ich wirklich motiviert bin, diese Vision so gut wie möglich, das Beste oder nichts, umzusetzen. Wenn ich wirklich an etwas glaube, dann sage ich nicht, okay, ich mache jetzt mal so ein bisschen davon, gewinnoptimiert, Schwelle von unten allmählich erreichen, sondern ich sage, ich brenne doch dafür, ich glaube daran. Ich will das so gut wie möglich umsetzen und nicht irgendwie. Und die wichtigste Erkenntnis für mich bei diesem Thema ist, dieses Brennen für eine Vision, diese Motivation, etwas so gut wie möglich umzusetzen, ist immer ein Attribut eines Individuums und niemals einer Firma. Es ist nicht möglich, durch Prozesse oder irgendwelche anderen Vehikel, ein Unternehmen, eine Gruppe dazu zu bringen, Höchstleistung anzustreben und umzusetzen. Es sind immer Individuen, die das tun, die dann andere mitziehen, im besten Fall. Prominentestes Beispiel, Steve Jobs. Jeder hier, denke ich, kennt die Geschichte von Apple, weiß, was passiert ist, als Jobs das Unternehmen verlassen musste, weiß, was passiert ist, als Jobs in das Unternehmen wieder zurückkam. Jeder kennt die Anekdote, dass, ich glaube, es war bei einem der frühen iPods, bin mir nicht sicher, bei einem der Apple-Geräte jedenfalls, das fertig entwickelt war, reif für die Serienproduktion war. Jobs sagte, schraubt mir das mal auf, sich die Platine anguckte, die drinsteckte, die keiner sieht von außen, sagte, das geht zurück ans Reißbrett, denn diese Platine ist nicht schön. Die Platine ist nicht ästhetisch. Darüber kann man lachen, sollte man aber nicht. Denn das war die Vision von Apple. Computer sollen schön sein, sollen ästhetisch sein, sollen Designobjekte sein. Das war die Vision. Das war eine Hälfte davon. Die andere Hälfte war, sie sollen sehr leicht bedienbar sein, deswegen nur ein Knopf. Das war Teil der Vision und deswegen war es ganz natürlich, dass ein Steve Jobs gesagt hat, das gilt für alles, für alle Bauteile, auch die, die man nicht sieht. Extrem, aber konsequent. Das Streben nach dem Besten ist immer eine Eigenschaft von Individuen und nie von Firmen oder Abteilungen. Ein weiteres Buch, neben dem von Simon Sinek, das ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist das hier, What got you here, won't get you there, das sich ebenfalls mit Individuen beschäftigt und damit, warum sehr erfolgreiche Menschen, die meisten C-Level, CEOs, CIOs, CFOs und so weiter, in ihren Karrieren nicht weiterkommen, weil sie nämlich das, was sie immer gemacht haben, genauso weitermachen, denkend, was auch logisch ist, es muss doch stimmen, ich bin doch bis da oben hingekommen. Mit der Art, wie ich denke, mit der Art, wie ich mich äußere, mit der Art, wie ich handle. Das muss doch richtig sein. Es war zu einem guten Teil richtig bis dahin, man kommt damit aber nicht mehr weiter. Ich möchte aber an einigen weiteren Beispielen aus meiner Welt, aus der Welt der Musik erläutern, was denn nun die Attribute eines solchen Menschen sind, wie eines Steve Jobs, die in der Lage sind, eine solche Vision wirklich lupenrein umsetzen zu wollen und dabei eine unglaubliche Energie und Beharrlichkeit an den Tag legen. Warum in der Welt der Musik? Nun ganz einfach, weil dort sehr, sehr viele solcher Menschen zu finden sind. Warum, werden Sie fragen. Aus dem gleichen Grund, warum die besten Bergsteiger massiert oben auf dem Himalaya oder Mount Everest auftauchen. Und die anderen kommen dort nicht hoch. Jedenfalls die meisten nicht. Ein paar andere schaffen es dann auch mithilfe. Aber der prozentuale Anteil der sehr guten Bergsteiger da oben ist sehr hoch. Und Musiker sind mit zwei fundamentalen, ja nicht Problemen, das wäre das falsche Wort, aber Gegebenheiten konfrontiert, wenn sie auf eine Bühne gehen. Das eine ist, alles, was ich als Musiker mache, geht an die Grenze des körperlich Machbaren, des menschlich Leistbaren. Das ist eine Extremsituation. Wir kennen es von allen aufführenden Künstlern, auch von Tänzern, von Akrobaten. Die Artistik, die Virtuosität ist dermaßen groß, dass kein Moment auf einer Bühne Routine ist. Das gibt es nicht für einen Musiker. Die zweite Gegebenheit, die zweite Eigenart ist noch viel, viel wichtiger. Alles das, was ich als Musiker mache, jeder Ton, den ich spiele oder singe, jede Bewegung, die ich als Dirigent mache, alles, was ich aus meinem Orchester herauslocke an Klängen, ist emotional unglaublich wichtig. Jeder Moment, jeder Ton ist das ganze Universum. Es gibt keinen Ton, der einfach nur erklingt. Nicht für einen Musiker, niemals. Jeder Ton ist von absoluter Wichtigkeit. Sie sehen das bei guten Theaterschauspielern. Jede Silbe erzählt eine Geschichte. Es gibt nichts, was ein Theaterschauspieler, ein Guter, auf einer Bühne sagt, dass er einfach nur sagt, damit es gesagt ist, weil es halt im Text stand. Das passiert nicht. Alles, was ich äußere, ist von absoluter Bedeutung. Was natürlich auch für mich als Musiker bedeutet, wenn ich nicht genau das treffe an Aussage, was ich hier treffen wollte, dann kann ich innerlich nicht sagen, war wenigstens die richtigen Noten. Dafür ist die Bedeutung zu groß. Und deswegen muss ein Musiker, ich nenne es Perfektionist sein. Und den Begriff muss ich erklären, das werde ich im Folgenden auch tun. Denn er ist äußerst missverständlich. Ein Perfektionist, da denken sehr viele an die Leute, die ihre Bleistifte so parallel auf dem Schreibtisch aufreiben. Hand aufs Herz, wer hat bei Perfektionist gedacht, das sind doch die. Alles schön senkrecht nebeneinander geordnet, Tassen alle gleich ausgerichtet im Küchenschrank. Das sind keine Perfektionisten. Dafür hat die Psychiatrie so ihre Begrifflichkeiten. Da reden wir von Zwangshandlungen. Ein Perfektionist, in dem Sinne, wie ich das Wort gebrauche, ist jemand, der nach dem Perfekten strebt. Wir wollen uns im Folgenden mal angucken, welche fünf Kernattribute einen Perfektionisten und jeden sehr guten Musiker oder Tänzer auszeichnen. Das Erste, streben Sie immer nach dem Besten. Wir haben es am Anfang gesehen und gehört. Das Beste oder nichts. Das ist aufgrund der emotionalen Aufgeladenheit dessen, was ich tue für einen Musiker und einen Tänzer, für jeden aufführenden Künstler, das A und O. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt zwei Firmen, die sehr groß sind im Bereich der Musiksoftware. Die stellen beide Sampler her. Sampler sind Klangbibliotheken, Klangbibliotheken, die ich benutze als virtuelle Instrumente. Ich spiele mit einer elektronischen Geige oder einer MIDI-Tastatur und rufe dabei Klänge ab, die von reellen Instrumenten aufgenommen wurden, von professionellen Musikern in den besten Studios der Welt. Das sind also keine Synthesizer. Der Computer mischt in Echtzeit das zusammen, was ich hier an Tasten drücke oder auf meiner elektronischen Geige greife und spiele. Und das, was ich höre, sind also echte Instrumente. Da gibt es einmal in Hamburg Steinberg. Und die haben Instrumente rausgebracht, die state-of-the-art waren. Das ist so fünf, sechs, sieben Jahre her, seit das letzte Release dort rauskam. Die haben noch bessere Orchester genommen. Die haben noch komplexere Aufnahmeverfahren genommen. Der Umfang dieser Bibliotheken ist schier atemberaubend. Sehr, sehr, sehr gute Software. Dann gibt es eine kleine Firma in Wien, Vienna Instruments. Die haben sich das angeguckt und gesagt, alles schön, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Orchester nehme, eine Streichergruppe und als Dirigent sage, so, jetzt bitte den Akkord. Was passiert dann? Bei Steinberg fängt jetzt der Akkord an. Wer in der Instruments hat sich gesagt, was passiert dann im reellen Orchester? Fangen die alle gleichzeitig an? Ist das? Nee. 80 Prozent fangen ungefähr dann an, wann der Dirigent das will. Ein paar zu früh, ein paar zu spät. Das ist so eine Glockenkurve. Das Gleiche passiert mit der Intonation. Ist das perfekt? Ist das genau der Klang? Nein. Nein. Bis sich so eine Streichergruppe so richtig eingehört hat, vergehen ein paar Millisekunden. Das ist kaum wahrnehmbar, aber es ist wahrnehmbar. Und es hat sich Vienna Instruments gesagt, die ganze Welt baut Sampler, nicht die ganze Welt, aber es gibt schon ein Dutzend Hersteller, die das tun, die perfekt aufgenommen sind und wir setzen jetzt noch eine Schippe drauf. Denn das ist nicht die Realität. Wir entwickeln jetzt auch noch einen Algorithmus, der zufallsgesteuert, denn die Glockenkurve ist auch nicht jedes Mal die gleiche, das Fehlverhalten von Menschen simuliert. Vienna Instruments hat sich gesagt, wenn ich eine Trompete spiele und ich spiele diesen Ton und dann jenen Ton, dadurch, dass ich zwischendrin mit den Ventilen hantieren muss, ergeben sich Geräusche. Bei jedem anderen Sampler der Welt habe ich diesen Ton und dann jenen Ton, bei Vienna Instruments haben sie die Geräusche dazwischen. Eine Fehlfunktion eigentlich. Auch noch. Und zwar immer genau die, die bei einer reellen Trompete auch auftreten würde. Die haben also die Geräusche zwischen jeweils zwei Tönen im gesamten Klangspraktum einer Trompete auch noch aufgenommen. Das meine ich, wenn ich sage, das Streben nach dem Besten. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an die IT-Projekte, an die wir involviert waren, an die Produkte, die wir entwickelt haben, an die Backup-Pläne und Back-Out-Pläne, die wir im Rahmen von Change-Prozessen entwickelt haben, oder was auch immer das sein mag. Mit welchem Grad an Detailversessenheit sind wir da drangegangen? Professionell, ja. Ich denke, das kann jeder für sich so abnicken. Aber haben wir so viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, um uns zu überlegen, was könnte ich noch machen? Was ist das Beste? Und jetzt komme ich zu einem der schwierigsten Aspekte für Musiker überhaupt. Denn das Beste, das klingt jetzt ja so nach Perfekt, ich habe auch den Begriff des Perfektionisten benutzt. Ich strebe nach dem Besten, das muss ja irgendwo sein. Und jeder Musiker lernt relativ schnell, das gibt es nicht. Es gibt nicht Perfekt. Dieses Ziel, dem ich dann nacheifere, ist nicht ein Ziel, das ich irgendwann erreichen kann. Ich habe die große Ehre gehabt, den Sergio Celebi-Darca, einen der größten Dirigenten unserer Zeit, mal kennenzulernen und zu erleben bei einem Dirigier-Meisterkurs. Es ging um Bachs Weihnachtsoratorium und ein junger Dirigent hat dort einen der Chorele dirigiert. Und Celebi-Darca hat den durchdirigieren lassen. Dann war es eine Weile still. Und dann sagte er folgende zwei Sätze. Ich hätte das völlig anders gemacht. Wir haben alle die Luft angehalten an der Stelle. Ich hätte das völlig anders gemacht. Aber es gibt nichts, was ich hier verbessern könnte. Sprich, ihre Version ist genauso ihr Bestes wie meine Version mein Bestes. Und Celebi-Darca war kein schüchterner Mensch. Der ist nie davon ausgegangen, dass das, was er gemacht hat, irgendwie falsch sein könnte grundsätzlich. Aber er wusste auch, das Beste gibt es nicht. Und auch deswegen ist es immer wichtig, sich zu verändern. Denken Sie an die Gleitzugtechnik und die Undulationstechnik im Schwimmen. Das eine hat lange funktioniert, war für eine gewisse Zeit das Beste und dann kam ein anderes Bestes. Denken Sie daran zurück, welche Rolle wir als IT in Unternehmen spielen. Das Beste für unser Unternehmen, für ein Produkt, für einen bestimmten Markt, entwickelt sich weiter. Und wenn wir es nicht entwickeln, kommt irgendwer daher, der es tut. Und deswegen müssen wir anfangen, daran zu glauben. Perfekt existiert nicht. Der dritte Aspekt ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber nichtsdestotrotz fundamental wichtig. Nehmen Sie sich Zeit. Wieder ein Beispiel. Es gab einen russischen Pianisten, es gibt ihn sogar noch, Weltstar. Der hatte in den ersten 30 Jahren seiner Karriere schon alle wichtigen Klavierkonzerte aufgeführt und war jetzt damit konfrontiert, im relativ hohen Alter Tchaikovskys erstes Klavierkonzert nochmal aufzuführen. Hat sich mit der Partitur hingesetzt, hat sich daran erinnert, perfekt gibt es nicht. Ich habe das zwar drauf, ich habe das zwar schon 200 Mal aufgeführt, aber jetzt fange ich nochmal von vorne an. Und hat sich dann eine Konzerttour durch alle möglichen russischen Städte organisiert, um irgendwann in Moskau dann das Konzert zu geben, auf das es ihm wirklich ankam. Und irgendwo in St. Petersburg kam dann nach dem Konzert ein anderer Pianist hinter die Bühne zu ihm und sagte, Meister, das war wunderbar, das war unglaublich, das war atemberaubend. Und er erbrach ihn und meinte, völlig ernst übrigens, nicht als Koketterie gedacht, das kann nicht sein. Das war erst das 17. Mal. Jemand, der das schon 200 Mal aufgeführt hat, sagt, das kann nicht sein, dass das gut war, das war erst das 17. Mal, dass ich mit dem Orchester diese Interpretation aufgeführt habe. Ich könnte dir jetzt einen Stapel Papier geben und sagen, falt den mal ganz präzise in der Mitte. Dann könnte ich mich vor dich stellen und sagen, mach, komm, schneller. Was würde passieren? Es funktioniert nicht. Wir müssen lernen, uns Zeit zu nehmen, wenn wir das Beste wollen. Sonst kommen wir da nicht an. Wir nehmen uns fast nie Zeit. Ein kleiner Tipp übrigens, den ich irgendwo am Rande gelesen habe bei der Fragestellung, woher nehme ich denn die Zeit, die ich mir hier nehmen soll? Wer von Ihnen bekommt mehr als 100 E-Mails am Tag? Glaube ich fast nicht. Ich bekomme so um die 300 pro Tag manchmal. Der beste Tipp, den ich seit langem gelesen habe, ist, fassen Sie jede E-Mail nur ein einziges Mal an. Lesen Sie sie, entscheiden Sie, was Sie damit machen, machen Sie es gleich und legen Sie die E-Mail dann weg. Gehen Sie nie hin, ich sortiere jetzt mal meine Inbox und lese alles und dann gehe ich dann nochmal durch und sortiere das irgendwie nach gestern, heute, morgen und dringend und unwichtig und dann gehe ich nochmal durch. Einmal anfassen, spart unglaublich viel Zeit. Das aber nur am Rande. Wir haben über das Schwimmen gesprochen. Ich schwimme seit einer Weile, seit einer kurzen Weile sehr intensiv, sehr viel aus Trainingsgründen, aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin Perfektionist, ich bin Musiker. Welche Schwimmtechnik habe ich beim Brustschwimmen? Gleitzugtechnik oder Undulationstechnik? Was denken Sie? Letztere, oder? Ist so, Gleitzugtechnik, weil ich nicht die Ambitionen habe, Wettbewerbe zu gewinnen. Ich will Spaß haben beim Schwimmen, es soll gesund sein, es soll mir Spaß machen, aber ich will keine Wettbewerbe gewinnen. Wir müssen lernen, selektiv zu sein. Es fällt mir schwer, als bekennender Perfektionist, nicht alles perfekt machen zu können, aber das geht schlicht und ergreifend. Wir müssen uns auf die Sachen konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Da gehört natürlich vieles aus unserem beruflichen Leben auch mit dazu, aber auch nicht alles. Meine Firma zum Beispiel sagt sich, wie viele andere Firmen auch, liebe Berater, ihr müsst notieren, für welche Kunden, für welche Projekte ihr wie viele Aufwände habt, damit wir unsere Profitabilität berechnen können. Was glauben Sie, wie perfektionistisch ich bei dem Thema Aktivitäten eintragen bin? Keiner ist das. Macht doch keinen Sinn. Hilft mir nicht bei meiner Arbeit und letzten Endes ist es das, was den Unternehmenserfolg aus meiner Perspektive als Berater unterstützt, nicht ob ich alle Aktivitäten perfekt eingetragen habe. Seien Sie selektiv in den Bereichen, in denen Sie sagen, hier möchte ich wirklich das Beste erreichen. Und schließlich, und jetzt könnten Sie denken, das steht doch ganz oben schon, geben Sie immer Ihr Bestes. Aber nein, das ist nicht identisch mit streben Sie nach dem Besten. Auch hierzu ein Beispiel. Ich habe eine ganze Weile Irish Dancing gemacht und irgendwann hatten wir das Glück, in meiner Showtanzgruppe einen Weltklasse-Tänzer da zu haben, einen Tschechen. Und der brachte uns eine Schrittfolge bei und wandte sich dann mir zu und meinte, Ralf, can you dance this for me? Und ich habe mich, wie man das so macht, bei solchen Proben dann halt hingestellt und habe das eben vorgetanzt und dann hat er gesagt, stop, you are not performing. Ich sage das auf Englisch, weil er es auf Englisch gesagt hat und auch, weil man es schlecht übersetzen kann. You are not performing. Vielleicht am ehesten mit, du tanzt nicht für ein Publikum. Das war eine sehr, sehr wichtige Lektion für mich. Erst habe ich natürlich gesagt, jetzt ist ja auch keins da. Du wolltest ja nur sehen, ob ich die Schrittfolge kapiert habe. Und er meinte, und was ist dann der Sinn und Zweck dessen, dass du die Schrittfolge machst? Das ist doch nicht die, die du auf der Bühne machst. Du hast eine andere Körperhaltung, hoffentlich eine andere Körperspannung. Du machst größere Bewegungen, weil die Bühne größer ist. Was für einen Sinn hat das, so irgendwie so vor sich hin zu tanzen? Du übst doch nichts damit. Das, was du nachher können musst, ist etwas anderes, als das, was du gerade machst. Mit anderen Worten, geben sie immer ihr Bestes. Das tun sie immer so, als ob sie im Ernstfall wären, diesen Changeplan jetzt tatsächlich implementieren müssten. Was auch immer es ist, was sie gerade tun. Versuchen sie immer daran zu denken, wie ist es denn bestmöglich, und das genau so auch auszuführen. Und das kann auch bedeuten, dass ich vollkommen anders denken muss. Es gibt eine beliebte Übung. Verbinden sie diese neun Punkte mit vier Strichen. Machen sie das mal in Gedanken. Ich denke, viele kennen die Lösung dafür schon. Instinktiv geht man hin, von links unten nach oben und dann rüber und runter und dann ist der Punkt in der Mitte noch übrig. Egal, wie man das macht, man kommt nie hin. Das ist eine der Lösungen davon. Um das Beste zu geben, mein Bestes zu geben, muss ich manchmal über den Tellerrand hinaus schauen. Es gibt sogar mehr als eine Lösung für das Problem. Und es bedeutet noch etwas, ich muss unglaublich detailversessen sein. Das ist eine Seite aus dem letzten der Prelude von Rachmaninoff, einer meiner Lieblingskomponisten. Jeder, auch jeder Nichtmusiker, wird, glaube ich, unschwer erkennen, das ist relativ komplex. Da steht eine ganze Menge. Wenn wir uns mal nur die ersten zwei Zeilen angucken, und das sind jetzt 20 Sekunden Musik in einem Klavierabend, der vielleicht eine Stunde dauert und wo nichts weniger komplex ist als das. Was ich als Musiker sehe, ist das hier. Und ich habe hier mal nur die wichtigsten Anmerkungen für mich in Musikerkurzsprache eingetragen. Erinnern Sie sich daran, jeder Ton, jeder Moment ist das ganze Universum. Ich muss unglaublich detailversessen sein, wie der Theaterschauspieler, der seinen Text deklamiert und er jede Silbe betont, um wirklich mein Bestes geben zu können. Und ich möchte Sie entlassen mit einer Übung, damit Sie das heute schon mal anwenden können. Das ist Ihre Aufgabe für heute. Nicht nur für heute. Wenn Sie mögen. Die Begrüßung. Es gibt einen Menschen, den kennen wir alle, der hat eine Gabe. Er hat auch ein paar unschöne Eigenschaften, aber er hat unbestreitbar eine Gabe. Clinton kann in einen Raum reinkommen und den ganzen Raum gleichzeitig begrüßen. Und jeder Mensch in diesem Raum fühlt sich willkommen. Warum ist das so? Was macht für Sie die perfekte Begrüßung aus? Ich glaube, die Sachen, die er schafft, die gelten für fast alle. Es ist vor allem Aufmerksamkeit. Es gibt einen nicht so gut aussehenden Milliardär, der lebt in New York und der ist berühmt dafür, notorisch berühmt dafür, immer mit den schönsten Frauen zu dinieren. Und was er danach macht, will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Und einige dieser Frauen wurden mal gefragt, warum? Der sieht wirklich nicht gut aus, der Mann. Der hat einfach nur viel Geld. Irgendjemand wollte mal wissen, liegt das am Geld? Warum gehen so viele so gut aussehende Frauen, meistens noch deutlich jünger, mit diesem Mann essen? Und die Antwort war bestechend einfach. Wenn ich mit diesem Mann essen gehe, dann fokussiert er seine Aufmerksamkeit zu 100 Prozent auf mich. Die ganze Zeit. Der guckt nirgendwo anders hin, der guckt keiner anderen Frau nach, der guckt nicht auf sein Telefon, der ist nur für mich da. Das ist, glaube ich, etwas, was eine wirklich außergewöhnliche Begrüßung ausmacht. Vielleicht sind es auch andere Aspekte, aber es ist vor allem die Aufmerksamkeit, dass wahrgenommen werden. Wie geht es mir? Was mache ich gerade? Habe ich gerade irgendwelche Probleme? Brauche ich Hilfe bei irgendwas? Will ich in Ruhe gelassen werden? Was auch immer es ist, ich möchte diese Aufmerksamkeit. Wir kennen alle Amerikaner, oder? How are you? Haben Sie mal versucht, das zu beantworten? Das ist keine Frage. Das ist nur eine Lautäußerung. Das heißt Hallo, mehr nicht. Ich will aber Aufmerksamkeit. Das gebe ich Ihnen mit als Aufgabe für heute. Üben Sie das mal an der einen oder anderen Stelle. Suchen Sie sich jemanden, versuchen Sie mal die perfekte Begrüßung. Versuchen Sie mal wirklich nach dem Besten zu streben und Ihr Bestes zu geben für diesen kurzen Moment. Vielen herzlichen Dank.